Als Mesh bzw. Meshfolie bezeichnet man sowas hier. Das ist eine Metallfolie aus Edelstahl mit einer sehr feinen, porösen Körnung. Das wird in bestimmten Selbstwickelkonzepten im E-Zigarettenbereich benutzt. Teilweise macht man damit Röllchen für den Liquidtransport. Teilweise wird das auch direkt als Ersatz für eine Heizwende direkt zum Verdampfen von Liquid benutzt.